Die Frauen in der Generation unserer Eltern, die haben sich irgendwie weiblicher angezogen. Weißt du, was ich meine? Weil ich denke, du würdest richtig gut aussehen in einem Kleid. Haben Sie noch einen Wunsch? Eigentlich bin ich fertig, danke schön. Wenn's dir nichts ausmacht, würde ich die Reste mitnehmen, ja? Ich weiß nicht, wie du das machst, Molly. Was denn? Leute daten. Nein, nein! Nirgendwo steht, du brauchst einen Mann. Also spiel keine Spiele. Sei einfach du. Ganz gerade raus. Wohnst du hier in der Nähe? Weil, also, ich wohne in Gang 6. Das war echt furchtbar. Ja, irgendwie schon, fand ich auch. Was ist sein Instagram? Ich will ihn ein bisschen stalken. Er hat keinen. Sie war das? Ja. Oh nein, also das, das ist verdächtig. Spielen wir ein Spiel. Erzähl mir etwas, von dem du nicht willst, dass ich es weiß. Ich hasse das hier. Okay. Wir setzen alle Hoffnungen darauf, unser Glück durch jemand anderes zu finden. Du bist triebgesteuert und ich hab den Typen noch nicht mal kennengelernt. Was ist hier los? Ich werd's dir sagen, aber du wirst ausflippen. Nein, das passiert jetzt nicht. Doch, es passiert. Keine Spiele. Das wolltest du doch. Es geht ums Geben. Sich selbst einer anderen Person zu schenken. Und eins zu werden für immer. Das ist Liebe. Vergiss es. Das ist doch der Traum jeder hetero Frau, oder? Das ist typisch. Jetzt. Tschüss. Nein, nee.